Liebe Württelfreunde, wieder im Wald. Gefällt dir deine Eiche, aber die ist unten faul. Gar nicht schön, es gibt nur Brennholz. Diese hier in Hintergrund. So, da haben wir wieder ein grosses Stück. Ich hoffe, meine Seilwinde zieht genug. Die Rutschkupplung, Zugkraftwerk, ein bisschen zu ungewöhnlich. Ich denke, man müsste da die Kupplung nachstellen. Aber sie steht gerade, hängt nicht da rum. Ja, das ist ein rechtes Stück. Total, von diesem Stamm etwa 5,5 m³ Saakots. Und der Rest oben abgibt dann Schnitzel, Kotschnitzel. Für meine Heiz. Zum nächsten Stück eine kleine Buche. Der Hortschlag wurde übrigens vom Hörter angezeichnet. In der Schweiz darf man nicht einfach umhauen, was man will. Man läuft mit dem Hörter durch den Wald. Und er bezeichnet die Bäume, die gefällt werden können oder müssen. Die Kontrolle mit dem Meter in die Ballrichtung. Und der Baum hat auf den Baum sind. Und er hat sich auf den Baum gezeichnet. Und der Baum hat vor. Und er hat sich in die Baum zuerstellen. Und er hat sich in die Baum zuerstellen. Die Baum hat sich in die Baum. Das ist ein Baum. Er ist ein Baum. Untertitelung des ZDF, 2020